spritisch von Jesus erzähle, sondern auch persönlich werden kann. Es ist aber auch eine Einladung an dich, es ebenfalls persönlich werden zu lassen. Das ist der Gedanke, wenn ich euch duze. Natürlich mit dem höchsten Respekt. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht hast du aber auch das Bedürfnis, in Kontakt mit jemandem zu kommen. Da gibt es ein tolles Angebot von unseren Kollegen und Kolleginnen hier hinter der Kulisse. Wenn du möchtest, chatte mit ihnen oder schreib eine E-Mail oder ruf an. Seelsorger und Beter stehen dir zur Verfügung. Schön, dass auch ihr da seid, liebe Musiker Anja und Jonathan. Schön, dass ihr da seid. Anja am Klavier, Jonathan an der Geige. Und ihr begrüßt uns mit einem alten Klassiker des christlichen Glaubens. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Bald ist schon wieder Weihnachten. Ist das zu fassen? Seit einem Monat gibt es wieder Spekulatius und Co. zu kaufen. Bei uns zu Hause, da heißt das Herbstgebäck, weil es das schon so früh gibt. Bald wird die Geschichte von dem kleinen Kind in der Krippe wieder auf allen Kanälen gespielt. Und womit könnte man die Geschichte von Jesus auch besser beginnen als mit seiner Geburt? Ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu Weihnachten hast. Verbindest du damit liebgewonnene Traditionen? Oder empfindest du es als kitsch, nicht mehr als zeitgemäß? Hat diese Geschichte uns heute noch was zu sagen? Sie ist inzwischen über 2000 Jahre alt. Eine Geschichte, die von Hoffnung spricht. Die von einem Gott erzählt, der sagt, du bist nicht allein. Ich stehe an deiner Seite. Ich merke, wie diese Botschaft dieser Grundgeborgenheit aktuell besonders mich berührt. Es ist eine Geschichte, die nicht einfach nur kitschig ist und kitschig von Liebe singt. Wir werden sehen, Jesus kam damals schon in eine kratzige Welt. In einer Atmosphäre aus Sorge, Zweifel und Trauer. Gerade das finde ich so spannend an Jesus. Er kommt in Lebensrealität. Er begegnet uns im Menschsein. Und ich sage es ganz ehrlich, Menschsein fordert mich ganz schön heraus. Doch in Jesus kommt mir Gott nah. Du bist nicht allein. Ich stehe an deiner Seite. Und deswegen wurde Jesus in dieser Weihnachtsgeschichte auch Immanuel genannt. Das ist hebräisch und das bedeutet, Gott ist mit uns. Immanuel. Meine Eltern haben mich ebenfalls Manuel genannt. Als Jugendlicher habe ich mal kurz überlegt, wäre es nicht cool, da irgendwie anders zu heißen? Doch inzwischen bin ich so froh, dass ich diesen Namen tragen darf. Gott ist mit uns. Diese Verheißung, die ist jetzt Teil von mir. Meine Eltern haben sie mir in die Wiege gelegt. Gott ist mit uns. Du kannst dein Leben mit ihm gestalten an deiner Seite. Immanuel. Zu Weihnachten hat sich Gott selbst in die Wiege gelegt. In Jesus hat Gott ein Gesicht bekommen. Und das begeistert mich an ihm. Er wurde zum Greifen nah. Der Gott, der eigentlich so unfassbar und in weiter Ferne scheint. Auch Glaube hat ein Gesicht bekommen. Toter Buchstabe wurde lebendig. Glaube ist nicht einfach nur ein Verhaltenskatalog, der abzuarbeiten ist. Glaube heißt Leben. Jesus redete nicht einfach nur theoretisch, sondern seine Botschaft, die war so stark, weil er seine Botschaft war. Handfester Glaube zum Greifen nah. Jesus zeigte, Glaube ist Leben. Der Hauch des Lebens. Das ist das Motto dieser ganzen Woche. Der Hauch des Lebens. Weil in Jesus begegnet uns dieser Hauch des Lebens. In einer Welt, in der wir oft den Eindruck haben, dass der Hauch des Todes dominiert. In Jesus begegnet uns Hoffnung. Gib das Leben nicht auf. Gib die Menschen nicht auf. Gib dich nicht auf. Diesen Hauch des Lebens möchte ich mit dir in dieser Woche einatmen. Und was kann besser als Einstieg in dieses Thema, der Hauch des Lebens, dienen, als die Geburt eines Kindes. Nicht irgendeines Kindes, die Geburt von Jesus. Die Weihnachtsgeschichte schaut genau auf diesen Moment, an dem der Hauch des Lebens seinen ersten Atemzug nimmt. Gott, der am Anfang aller Dinge, die Menschen den Atem gegeben hat, der macht sich jetzt klein und schnappt als Baby zum ersten Mal selbst nach Luft. Und ich stelle mir das vor, was hat er dort als erstes eingeatmet, als Neugeborener? Das erste, was ich rieche, es stinkt nach Stall. Hier stinkt es nicht nur nach Tierexkrementen, hier riecht es nach Armut, hier riecht es nach Fremdbestimmung. Die junge Familie, die war weit weg von zu Hause. Sie musste von Nazareth nach Bethlehem wandern, um sich für eine Volksheilung registrieren zu lassen. Das sind Luftlinien, ungefähr 114 Kilometer. Wenn sie bei einer Laufgeschwindigkeit von 4 kmh 6 Stunden am Tag gelaufen sind, dann brauchten sie für diese Reise 5 Tage. Aber sie sind dorthin ja nicht hingeflogen. Das heißt, der Weg, der war weiter, der war tendenziell sogar bergauf. Und das Ganze schwanger. 6 Stunden laufen am Tag? Genau, undenkbar. Für eine Volkszählung. Es roch bitter nach Fremdbestimmung. Hier sind wir nicht freiwillig, hier wollen wir eigentlich nicht sein. Ich weiß noch, wie wir die Geburt unserer Kinder bewusst geplant haben. Meine Frau und ich, wir haben ganz genau überlegt, wo und wie die Geburten stattfinden sollen. Aber die Eltern von Jesus, die sind nicht dort, wo sie sein wollen. So werden sie sich die Geburt nicht vorgestellt haben. Dort im Stall, völlig geschafft. Von dieser langen Reise. Hochschwanger musste Maria diesen Weg bewältigen. Und diesen Stress hat das Neugeborene schon im Mutterleib geschmeckt. Jesus wurde in eine bedrückende Atmosphäre geboren. Schon die Art und Weise, wie er entstand. Alles andere als geordnete Verhältnisse. Auch wenn der Messias, der Retter Israels, von allen Seelenis erwartet wurde, da war Jesus kein Wunschkind. Jesus war kein Wunschkind. Er war nicht geplant. Plötzlich war Maria schwanger. Ohne das Zutun ihres Verlobten. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie auch immer das ausgesehen hat. Jesus, Josef wollte dann Maria heimlich verlassen. Wir merken also, Jesus kommt nicht in eine heile Welt. Das Erste, was er als Fötus schmeckt, das sind die Stresshormone seiner Mutter. Wir erzählen diese Geschichte immer so romantisch. Das Kind, das in der weichen Krippe liegt, kunstvoll geschnitzte Hirtenfiguren an seiner Seite, beleuchtet von sanftem Kerzenschein. Engel aus Marzipan sind an der Decke. Doch die Atmosphäre, die war nicht weich und kuschelig. Als der Hauch des Lebens seinen ersten Atemzug nahm, da herrschte dicke Luft. Es war eine Luft, die schon lange Zeit von seinen Mitmenschen ein- und ausgeatmet wurde. Und diese Luft, die beherrschte den Alltag. Und sie wurde nicht minder geprägt durch eine Person, die uns jetzt in dieser Geburtsgeschichte von Jesus als Gegenfigur präsentiert wird. Herodes, genannt der Große. Der von den Römern eingesetzte König über Judäa. Er ist die Person, in der der Hauch des Lebens gleich am Anfang mit dem Hauch des Todes konfrontiert wird. Lass uns diese beiden Kontrahenten mal näher anschauen. Wir finden die Geschichte in Matthäus 2. Ich lese daraus einen Auszug. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehend sehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind, wenn ihr es gefunden habt, dann kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Herodes war außer sich verzorren, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Was für eine grausame Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte. Der Hauch des Lebens, er kommt zur Welt und das Erste, was wir lesen ist, dass der Hauch des Todes ihm den Gar ausmachen möchte. Der Hauch des Todes bäumt sich auf. So sehr, dass die Eltern von Jesus mit ihm nach Ägypten fliehen. Aber warum war das nötig? Warum hatte sich Herodes damals so aufgespielt? Warum hat er so entsetzlich auf die Frage der Sterndeuter reagiert? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Thronkarriere von Herodes werfen. Hier werden wir sehen, das war nicht das erste Mal. In der Handlung von Herodes, da besteht ein Muster. Ein Muster, das sich um diesen Titel dreht, König der Juden. Ja, Herodes war der amtierende König der Juden, doch zeitlebens, da rang er damit, als dieser akzeptiert zu werden. Denn ursprünglich war er gar kein waschechter Jude. Er gehörte dem Volk der Idumea an. Sie wurden im 2. Jahrhundert vor Christus vom jüdischen Adelsgeschlecht der Hasmonea besiegt. Die stellten damals nämlich immer ihre Könige. Sie waren König der Juden. Doch in diesem Königshaus, da brachen Unruhen aus. Brüder konkurrierten miteinander um diese Herrschaft. Herodes Familie unterstützt dabei Hyrkanus II. Mit Hilfe von Rom wird Jerusalem erobert und Hyrkanus wird 63 vor Christus von Rom Regent über Judäa. Von nun an sagt Rom, wer regiert und wer nicht. Und tatsächlich sagt Rom, 40 vor Christus, Herodes, du bist jetzt König. Der Idumea, Herodes ist amtierender König der Juden. Ein Titel, der mit viel Blutvergießen erworben wurde. Ein Titel, der hart umkämpft ist mit Bündnissen, Intrigen und Waffengewalt. Wir merken also, wenn die Sterndeuter nun von einem neugeborenen König der Juden sprechen, dann fällt dieser Begriff nicht in einen luftleeren Raum. Er fällt in einen Raum, in dem sich der amtierende König natürlich bedroht fühlt. Aber das war nichts Neues für ihn. Damit kannte er sich schon längst aus. Seine Herrschaft, die wurde begleitet um das Ringen nach Anerkennung von seinem Volk. Er hat alles dafür getan, König der Juden zu sein und dass dieser akzeptiert zu werden. Als erstes greift er auf ein Mittel zurück, das in der royalen Politik gerne genutzt wurde, um Machtverhältnisse zu stabilisieren. Er heiratet. Und er heiratet nicht irgendjemanden, er heiratet eine echte Hasmonea-Prinzessin, Mariamne. Das ist die Enkelin von Hyrkanus II. Damit Herodes diese Ehe eingehen kann, verstößt er seine bisherige Frau Doris, das ist nicht Doris, das ist der Sohn, den er mit ihr hat. Aber die verstößt er sozusagen, damit er endlich die Hasmonea-Prinzessin heiraten kann. Auch wenn er jetzt selbst kein Hasmonea war, da hatte er nun zumindest in dieses jüdische Adelsgeschlecht eingeheiratet. Mariamne und er, sie bekommen zwei Kinder. Zwei potenzielle Hasmoneische Thronfolger. Doch dann hat er jetzt eben die Konkurrenz direkt in seinem eigenen Haus. Und das wurde tatsächlich zum Problem für ihn. Da war zum Beispiel sein Schwager, der Bruder von Mariamne, seiner Frau, Aristobulus. Der erfreute sich größter Beliebtheit im Volk. Mit 16 Jahren, da wurde er zum Hohen Priester eingesetzt und dem wurde zugejubelt, was das Zeugs hält. Der strahlte den Glanz dieser Hasmonea-Dynastie richtig aus. War hier jetzt ein neuer royaler Superstar? Ein neuer König der Juden? Herodes, der witterte jetzt Bedrohung. Und was folgt, das geht als Badeunfall in die Geschichte ein. Doch es ist naheliegend, dass Herodes dabei deutlich seine Finger im Spiel hatte, weil ihm gehörte der Pool, zu dem er eingeladen hatte in seiner Residenz in seinem Palast. Und die Diener scheinen ihn dort unter Wasser gedrückt zu haben. Er konnte es nicht zulassen, dass der Stern seines Schwagers aufgeht, weil das würde ja bedeuten, dass sein eigener Stern verblasst. Und jetzt sagen diese Sterndeuter in unserer Geschichte, wir sahen einen Stern aufgehen. Diesen Stern von damals, seinen Schwager, den hatte er schon vom Himmel gerissen. Doch im Himmel, da war noch so manch anderer Stern, der ihm als König der Juden ja gefährlich werden könnte. Zum Beispiel der Opa von seiner Frau. Herodes lässt ihn 30 nach Christus hinrichten. Gefahr genannt, Gefahr gebannt. Aristobulus hängt hier noch. Gefahr genannt, Gefahr gebannt. Doch damit hört die Geschichte nicht auf. Ein Jahr später lässt er seine Frau hinrichten. Mariamne, die Hasmonea-Prinzessin. die bringt die beiden Hasmonea-Söhne vielleicht noch auf dumme Gedanken. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Doch hier hört die Geschichte immer noch nicht auf. Wieder ein Jahr später, da lässt er seine Hasmonea-Söhne Schwiegermutter töten. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und hier hört die Geschichte immer noch nicht auf. Gegen Ende seines Lebens, da soll Herodes immer verbitterter und paranoider geworden sein. und so lässt er sieben vor Christus seine eigenen Kinder umbringen. Die beiden Söhne dieser Hasmonea-Prinzessin. Eigentlich sollten sie ja seine Nachfolger werden, doch anscheinend kam sie seinem Thron zu früh zu nahe. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und hier hört die Geschichte immer noch nicht auf. Von nun an setzt Herodes alles wieder auf den erstgeborenen Sohn aus seiner ersten Ehe mit der Frau, die er für die Hasmonea-Prinzessin verstoßen hatte. Doch vier vor Christus, fünf Tage vor seinem eigenen Tod, du ahnst schon, was jetzt kommt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Von Schmerzen geplagt, da schien die Krone des Königs der Juden eigentlich viel zu schwer für Herodes zu sein, doch er krallte sich so fest an ihr, so sehr, dass er seinen Nachfolger, seinen eigenen Sohn über die Klinge springen lässt. Schon wieder. Es gibt eine Überlieferung von dem Historiker Flavius Josephus, die zeigt, wie verbittert und paranoid Herodes besonders am Ende dieses Lebens war, dass er einen schrecklichen Auftrag gegeben haben soll. Er ließ beliebte Bürger aus der jüdischen Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Im Falle seines Todes, da sollten die hingerichtet werden. Niemand sollte in der Stunde seines Todes auf die Gedanken kommen, sich zu freuen. Alle sollten wehklagen. In diese letzte verbitterte Phase klingt jetzt diese Frage der Sterndeuter. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die Weisen sahen einen neuen Stern aufgehen. Herodes setzt alles daran, dass sein Stern nicht untergeht. Er ist König der Juden, niemand anderes. Und dafür hat er in seiner langen Thronkarriere gesorgt. Und daran wird doch so ein kleiner Hauch eines Kindes nichts ändern. Herodes Hauch des Todes hat sogar seine eigene Familie dahin raffen lassen. Jede Bedrohung hat er im Keim erstickt. Wie sieht es denn hier auf dem Boden aus? Leichen pflastern seinen Weg. Was ist da der Hauch eines kleinen Babys dagegen? Das Baby und der Machthaber. Auf der einen Seite ist der Hauch des Lebens und auf der anderen Seite der Hauch des Todes. Ein ganz schönes Ungleichgewicht, oder? Der Hauch des Lebens scheint so zart und zerbrechlich. Manchmal fühle ich mich auch heute, da empfinde ich so eine Ohnmacht. Manchmal habe ich das Gefühl, der Hauch des Todes, der dominiert das Leben. Die Herodesse dieser Welt, die scheinen den Ton anzugeben. Was ist da der Hauch eines kleinen Kindes dagegen? So zerbrechlich. Was kann der schon ausrichten? Macht es Sinn, in das Leben zu investieren? Entgegen der Resignation zu hoffen? An das Gute zu glauben? Im Buch der Offenbarung, da wird die Weihnachtsgeschichte in ein apokalyptisches Gewand gepackt. Eine bildreiche Geschichte, eine bildreiche Sprache, die den Kontrast der Machtverhältnisse nochmal verdeutlicht. Dort steht in Offenbarung 12, der Drache stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte, das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinauf gehoben. Die Gefahr wird dort als Drache beschrieben. Ein Drache, der ein Neugeborenes verschlingen möchte. Eine Szene, die sofort an den Kindermord in Bethlehem denken lässt. Doch das Ermutige an dieser Geschichte ist, der Drache gewinnt nicht. Er schafft es eben nicht, den Hauch des Lebens zu verschlingen. Das ist das Ermutigende an dieser Geschichte von Jesus. Sie bezeugt, der Hauch des Lebens ist nicht tot zu kriegen. Selbst wenn die Gefahr wie ein feuerroter Drache anmutet. Gottes Liebe bleibt. Sie setzt sich durch. Darauf hat Jesus sein Reich aufgebaut. In ihm erleben wir jetzt einen anderen König, der geboren wird. ein Gegenmodell zu diesem Herodes. Bei Herodes waren es Leichen, die den Weg geflastert haben. Jesus ist König der Seligpreisung. Er ist ein König, der laut dem Matthäus-Evangelium gleich zu Beginn seines Dienstes sein Königsgesetz präsentiert. Er zeigt dort das Fundament, auf das er sein Reich baut. Aber dieses Gesetz beginnt nicht mit du sollst oder du sollst nicht. Nein, Jesus beginnt mit den berühmten Worten selig sind. Er präsentiert seine Seligpreisungen. Da, wo Leichen den Weg von Herodes geflastert haben, da pflastert Jesus seinen Weg mit Seligpreisungen. Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite erlebten wir den Hauch des Todes, doch nun kommt der Hauch des Lebens. Lass uns dieses Gesetz vom Hauch des Lebens mal anschauen. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die nach Gerechtigkeit dürsten, denn sie sollen satt werden. Selig sind, selig sind. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist das eine Formulierung, die wir heute eigentlich noch verwenden? Eigentlich nicht mehr groß, oder? Oder wann hast du das letzte Mal gesagt, selig bist du? Vielleicht sagen wir eher, wer es glaubt, wird selig, abschätzig. Aber was bedeutet dieses selig sind? Diese Formulierung, die ist bereits in den alten Psalmen zu Hause. Dort wird es übersetzt mit wohl dem. Der Mensch, bei dem das oder das der Fall ist, der ist glücklich zu schätzen. Kurz und knapp könnte man sagen, selig sind, ist eine Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Doch wem wird jetzt hier gratuliert? Die geistlich arm sind, es kann auch übersetzt werden mit denen es an Atem fehlt, die Armen an Atem sind, denen es an Lebenskraft fehlt, die Leid tragen, die auf sanften Pfoten gehen und auf Macht gebaren verzichten, die von anderen übervorteilt werden. Im Ernst? Das sind doch alles Verlierer der Gesellschaft. Wie kann Jesus denn da gratulieren? Ist das ironisch gemeint? Na, herzlichen Glückwunsch. Nein. Jesus meint das alles andere als ironisch. Er zeigt hier, in welcher Tonart er sein Lebenslied singt, für wen er sein Reich baut. Da, wo Herrscher eigentlich als unterdrückende Machthaber erlebt wurden, da sagt dieser König jetzt zu diesen Unterdrückten, mein Reich ist für euch. Es sind genau die, die unter dem Hauch des Todes leiden. Er spricht ihnen jetzt zu. Der Hauch des Todes, der hat nicht das letzte Wort. Auch wenn du jetzt den Eindruck hast, lass dich nicht vom Hauch des Todes überwältigen. Aus ihm erwächst nur Resignation und Bitterkeit. Aus ihm erwächst nur giftige Frucht. Frucht, die wiederum Hauch des Todes verbreitet. Jesus gratuliert. Jesus gratuliert Leben oder Todes gesagt ist live, deswegen muss ich gucken. Hier erste Strophe Hauch des Lebens eingeatmet, Zuspruch und jetzt kommt die zweite Strophe Hauch des Lebens wird wieder ausgeatmet. Und was lesen wir dort? Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. In der ersten Strophe setzt Jesus den Rhythmus der Hoffnung und in der zweiten Strophe wird nach ihm getanzt. In der ersten Strophe da seht er Zuspruch und in der zweiten Strophe da erwächst daraus Handlung, Barmherzigkeit, ohne List und Hintergedanken zu handeln, zum Frieden beizutragen, bei Unrecht dem Mund aufmachen, auch wenn es Nachteile mit sich bringt, Taten dir an die Kraft des Guten Glauben. Jesus gratuliert den Menschen, die sich nicht vom Hauch des Todes überwältigen lassen, die selbst, wenn die Welt das Lied vom Tod spielt, sagen, dieses Lied soll nicht den Ton in meinem Leben angeben, die sagen, das ist nicht der Rhythmus, nach dem ich tanzen will. Jesus gratuliert ihnen, selig sind die, die den Hauch des Lebens einatmen und ausatmen. Wir könnten jetzt aber vielleicht sagen, Herodes hatte doch aber Erfolg mit seiner Methode. Er hatte mit ihr knapp vier Jahrzehnte regiert und das in dieser herausfordernden Gegend, diesem Pulverfass der Aufstände. Wir könnten sagen, seine Methode, die hatte Erfolg. Ist es dann doch eine Ode an den Ellenbogen, wenn wir sehen, wie er an sein Ziel gekommen ist? Ja, der Erfolg, der war vielleicht da, aber zu welchem Preis? Wenn wir hier auf den Boden schauen, was hat er alles hinterlassen? Sein Weg ist gepflastert mit Leichen. An jeder Ecke roch er den Hauch des Todes und er antwortete mit dem Hauch des Todes. Der hatte ihn so sehr geprägt, dass er am Ende seiner Tage immer paranoider wurde, an jeder Ecke eine Bedrohung sah, selbst in der eigenen Familie. Möchte ich so leben? Möchte ich so das Leben verlassen? Jesus setzt bewusst einen Kontrastpunkt. Jesus war sich sicher, dass es die Liebe ist, die am Ende bleibt. Ich weiß, dass es eine Aussage, die unheimlich herausfordernd ist, ganz besonders jetzt in dieser Zeit. Bei all den destruktiven Chaosmächten, die gerade wüten. Doch die Botschaft von dem Kind in der Krippe, die lautet, gibt die Hoffnung nicht auf. Gottes Liebe setzt sich durch. Gottes Liebe ist nicht tot zu kriegen. Angesichts der vielen Schreckensbilder, die uns durch Kriege gerade erreichen, da fühle ich eine Ohnmacht. Was kann ich schon ausrichten in diesen Szenarien? Ist die Botschaft vom Hauch des Lebens eigentlich mit der Realität vereinbar oder ist sie realitätsfern? Nach dem Motto schön wär's, aber was kann ich schon ausrichten? Der Clou, der liegt darin, dass es im Kleinen anfängt. Ich kann den Konflikt im Nahen Osten nicht lösen. Ich kann auch keinen Frieden in der Ukraine stiften. Das ist außerhalb meiner Handlungskompetenz. Doch der Hauch des Lebens, er beginnt dort, wo ich stehe. Und damit habe ich genug zu tun. Aber hier ist meine Handlungskompetenz. In der Botschaft vom Hauch des Lebens, da geht es um unser persönliches Umfeld, unsere Quadratmeter, in denen wir uns bewegen, unsere Quadratmeter, die wir gestalten. Und da heißt es, gib die Hoffnung nicht auf. Wir atmen dort, wo wir leben, Gottes Liebe ein und wieder aus. Das ist alles, was es braucht. Denn wenn jedem das auf seinem Quadratmeter gelingt, da haben wir mal was anderes als einen Flächenbrand. Flächenbrand, eine viel bemühte Vokabel in dieser letzten Zeit. Aber stell dir mal vor, wir haben statt einem Flächenbrand, einen flächendeckenden Zusammenhalt, ein Flächenband statt einen Flächenbrand. Das ist möglich, wenn jeder in seinem Quadratmeter Gottes Liebe ein- und ausatmet. Das ist möglich, wenn wir den Hauch des Todes, den wir persönlich einatmen, wahrnehmen und auch als diesen identifizieren, ihn nicht verleugnen, aber uns auch dafür entscheiden, ihn nicht wieder um ein Vielfaches auszupusten. Wir entscheiden uns gegen den Hauch des Todes. Stattdessen haben wir Mut, den Hauch des Lebens zu investieren. Nicht nur Destruktivität ist ansteckend, auch Liebe ist ansteckend. Jesus steckt uns mit Liebe an. Lass uns gegenseitig mit Liebe anstecken, uns gegenseitig dazu motivieren. Heißt das, dass wir dem Hauch des Todes alles durchgehen lassen? Nein, im Gegenteil. Wer liebt, der bezieht Stellung, wer liebt, der schenkt Schutzraum und wer Schutzraum schenkt, der sagt auch nein, stopp. Wer liebt, weigert sich zu resignieren, wer liebt, der glaubt daran, dass sich Liebe am Ende durchsetzt. Gottes Liebe ist nicht tot zu kriegen. Und jetzt werde ich persönlich und ich schaue jetzt mal so in meinen Quadratmeter. Vor acht Jahren haben meine Frau und ich uns entschieden, Hauch des Lebens zu investieren. Mit fünf Wochen kam er zu uns, unser Pflegesohn. Er sieht nicht aus wie ich und er hat auch keinen meiner Wesen Züge noch nicht. Er hat nicht meine Gene und trotzdem ist er mein Sohn. Ich bin sein Papa. Nicht aufgrund von Abstammung und von Blut, nee, aufgrund einer Entscheidung. Wir sind eine Familie. Er hat vielleicht nicht meine DNA, aber er hat mein Herz. Ich will nicht zu viel erzählen, weil das ist seine private Geschichte, seine Geschichte, wo ich mit ihm teilen darf. Nur so viel. An vielen Stellen hat der Hauch des Todes Spuren bei ihm hinterlassen. Und jeder, der ein Pflegekind aufnehmen, und ich weiß, das sind einige, die wissen um diese Dynamik. Dieser Hauch des Todes hat Spuren bei ihm hinterlassen, lange vor seiner Geburt, ohne dass er etwas dafür kann, geschweige denn, sich dafür entschieden hat. Allein schon, was er im Mutterleib alles erlebt hat, mitbekommen hat, Stimmung, Gefühle, Substanzen. Es ist Teil von ihm. Der Hauch des Todes hat seine Spuren hinterlassen. Doch der soll in seinem Leben nicht den Ton angeben. Dafür setzen wir uns ein. Und dafür stehen wir ihm zur Seite. Das erzähle ich jetzt nicht, um zu hören, hey, super, dass ihr das macht, Respekt. Nein, wir kommen da an unsere Grenzen und wir machen Fehler und wir sind manchmal auch ratlos. Ich erzähle das aus einem ganz einzigen Grund. Es lohnt sich, Hauch des Lebens zu investieren. Ich kann diese Gratulation, dieses Seligsinn von Jesus nachvollziehen, weil ich es in unserem Pflegesohn erlebe. Doch an vielen Stellen erlebt er weiterhin Hauch des Todes in Benachteiligung und Ausgrenzung. Wir sagen vielleicht, unsere Gesellschaft ist doch offen für diese Menschen und die bietet doch ihren Raum. Wir sind bemüht, dass alles barrierefrei ist und inklusiv. Aber Gesellschaft ist doch nicht erst ein Überbau. Integration kann nicht ausgelagert werden. Es beginnt bei mir. Gesellschaft fängt in meinem Handeln an. Und wie viel Raum haben da wirklich Menschen, die anders sind, die vielleicht auch herausfordernd sind, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt? Menschen, die Hauch des Todes in ihrem Rucksack haben, erleben nicht selten Ausgrenzung. Und dadurch wird weiterer Hauch des Todes in ihren Rucksack gepackt, den sie weiterhin zu schultern haben. Wir haben uns bei unserem Pflegesohn dazu entschieden, bewusst in den Hauch des Lebens zu investieren. Gerade da, wo Hauch des Todes mitgegeben wurde. An manchen Stellen ist es anstrengend und frustrierend. Und an einigen Stellen werde ich auch mit dem Hauch des Todes in mir konfrontiert, der in mir existiert. Aber an vielen Stellen ist das so schön. Wenn ich an ihn denke, dann kommen mir die Tränen in die Augen, weil ich ihn so lieb habe. Er ist ein so toller Mensch, ein Mensch, der so viel Lebensfreude ausstrahlt, der so begeistert sein kann und der sich freuen kann. Sein Lächeln geht übers ganze Gesicht. Er ist ein Mensch, in dem so viel Hauch des Lebens schlummert, wenn man daran glaubt und ihn einfach nur lässt. Wenn ich an ihn denke, dann bin ich davon überzeugt, es lohnt sich, den Hauch des Lebens zu investieren. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Menschen nicht auf. Gib dich nicht auf. Glückwunsch allen, die arm an Lebenskraft. Gott für euch das Reich der Himmel schafft. Glückwunsch allen, die Vertrauer klagen. Gott wird euch auf Händen tragen. Glückwunsch allen, die sind machtlos. Euch fällt das gelobte Land eins in den Schoß. Glückwunsch allen, die nach Gerechtigkeit dürsten. Ihr sollt sie speisen und das wie Fürsten. Gut, diese vier Verse verheißen des Leides Wandlung, doch die nächsten vier rufen uns auf zur Handlung. Ein Christ, ja, der wird tätig mit der just folgenden Ethik. Glückwunsch allen, die sind voll Barmherzigkeit. Dennoch sie sollen sie erleben, diese Freundlichkeit. Glückwunsch allen, die handeln ohne listig Gedanken. Gott persönlich wird es ihnen danken. Glückwunsch allen, bei denen man Frieden findet, denn sie nennt man dann Gottes Kind. Glückwunsch jeder, die bei Unrecht den Mund aufmacht, sie wird mit Gottes reich bedacht. Mit dieser starken Seligpreisung gibt Jesus gute Lebensweisung. Sie gilt denen, die da herzlich klagen, da sie ringen mit den Lebens Fragen. Kommt ihr im Leben auch zu kurz, wisset, die Unterdrückung kommt zum Sturz. Ihr seid das Salz der Erde, damit dies Realität bald werde. Ihr seid das Licht der Welt, das die Dunkelheit erhellt. Warum sollt man das damit alles sehen, besonders die, die es bräuchten, möge diese Seliggratulation in unser aller Herzen wohnen. Deine hat Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich möchte jetzt noch beten. Herr unser Gott, wir danken dir dafür, dass du uns den Hauch des Lebens geschenkt hast. Nicht nur zu Beginn unseres Lebens, sondern dass du dich auch selbst geschenkt hast, wo wir jetzt zu Weihnachten auch wieder dran denken. Du bist als Hoffnung in die Welt gekommen, in eine Zeit, wo der Hauch des Todes um sich gebissen hat. Und wir merken auch, wie heute der Hauch des Todes um sich beißt und die Herodese dieser Welt zu dominieren scheinen. Wir bitten dich darum, dass du uns Mut und Hoffnung schenkst, dass wir daran glauben, dass deine Liebe nicht tot zu kriegen ist. Dass wir uns vom Hauch des Todes nicht überwältigen lassen, sondern dass wir in deine erste Strophe der Seligpreisung einsteigen und uns Mut zu sprechen lassen, dass es die Liebe ist, die am Ende bleibt. Aber dass daraus auch die zweite Strophe erwachsen kann, die Strophe der Handlung, wo wir nach deinem Rhythmus tanzen, den Rhythmus der Hoffnung. Bitte schenk du uns dafür deinem Atem, dass wir ihn ein- und ausatmen können. Dafür danken wir dir. Amen. Heute haben wir angefangen, in das Leben von Jesus einzutauchen. Wenn du das nicht nur am Fernseher zu Hause machen möchtest, dann haben wir heute ein ganz besonderes Angebot für dich. Nächstes Jahr, Ende Juli, da wird es eine Ja-Jesus-Sommerwoche geben. Das ist eine sechstägige intensive Bibel- und Urlaubswoche im Rahmen des Hobkims 2024. Es findet in Friedens auch statt. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich gerne auf ja-jesus.de an. Ansonsten freue ich mich, dass wir uns morgen wiedersehen können. Dort gehen wir den nächsten Schritt in dem Leben von Jesus. Und zwar ist dort das Thema Jesus und mein Schritt ins Unbekannte. Und was das Ganze mit einer Machete zu tun hat, das werden wir morgen erleben. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du möchtest wissen, wer Jesus Christus ist und wie du ihn kennenlernen kannst? Unser kostenloser Bibelkurs hilft dir dabei. Mein Name ist Nele und als persönliche Studienbegleiterin freue ich mich über deine Fragen. Meld dich jetzt an. Mein Team und ich sind gern für dich da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020